Ja, ich geh ja schon weg, entspannen sie sich. Moment, du bist nicht mein Auto, du bist mein Auto. Au! Ich hab ja mein eigenes Auto angefahren. Hab ich gerade ein Kopfgeld bekommen? Ich hab gerade ein Kopfgeld bekommen, weil ich zu nahe dran war? Ach, come on. Warum soll ich jetzt hier nicht fahren? Ich will da drüben parken. Lass mich parken. Ich trüge halt die ganze Zeit die ganze Zeit weh. Und ich weiß nicht, warum ich... Jetzt soll ich wieder fahren. Come on. Ich darf nicht an die Wand fahren oder was? Ich will hier parken. Okay, er hat mich automatisch ausgeschnitten, ich hab nicht F gedrückt. Leider. Oh, okay. Okay. Mhm, die Tür sind öffnet. Ja, okay. Das ist eine lustige Input. Ma, was ein süßes kleine Gesicht, du hast. Leider. Kein Groping. Langweilig. Wieso soll ich das reden? Ich setze in die Bar und frage nach Evelyn. Hm? Ich kriege dich etwas. Ich bin für Evelyn Parker. Ich weiß, ob sie hier ist. Wer fragt? Name ist V. Sie und ich haben ein, äh, ein Date. Well, V, es ist ein Freitag. Ich bin Mateo. Uh-huh. So, Evelyn? Club ist groß. Ich werde mich nachher schauen. Ich werde es für dich. Es ist okay, Mateo. Ah, hallo, Eve. Evelyn Parker. Ich wusste, dass du dich bist, kurz du in bist. Sansan? Nur Tequila, ich trinke. Hm. Wie du siehst? Ich liebe alles über die Leute, die ich arbeite. Warum treffen wir uns hier? Was ist denn das für ein Symbol dahinter? Intelligenz? Mir geht's gerade nicht so gut, glaube ich, nach dem Tequila. Hallo Matteo, wenn jemand fragt, dann sind wir nicht hier. Das ist ein Symbol. Warum erzählst du mir nicht die Wahrheit? Es ist okay. Setzen wir uns hin. Sie wollte, dass wir uns hinsetzen, dass wir uns in launen Streifen. Können wir uns auch entspannt hinsetzen. Ich glaube, hier zum Beispiel wird normalerweise eine nackte gezeigt, wenn ich nicht den Streamer-Modus anhabe. Ja, in der Mitte. Dex hatte ein viel zu sagen über dich. Sie nennen dich professionell, effektiv und vertragbar. Ich hoffe, dass du nicht übernommen hast. Ich bin zu schlau für dich. Ich bin zu schlau für dich. Ich habe gehört, dass es zwei Art von Fixern gibt. Die mit Stable Crews auf langen Kontrakten und kurzen Nischen. Die Loyalität und die Predictabilität, die sie über das alles verdienen. Dann gibt es der andere Art. Die Dex. Die Art. Die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Nicht in Menschen. Aber in einem Ding. Seine Intuition. Die beten auf Potential. Und wenn sie diese beten, dann ist das letzte Fehler, das sie sich verletzen. Ich hoffe, dass Dex's Intuition ihm gut in diesem Fall hat. Das ist ein kleiner Typ. Wir sind auf den Weg. Was hast du für mich? Du bist ein kleiner Target. Ich glaube, dass du dir wissen willst. Rulik. Sicherlich deinem Sehle Trinket. Er hat das Programm genommen. Wir sind mit Arasaka. Wir machen diesen Heist einen gefährlichen, riskanten Mann. Mhm. Arasaka hat Milliarden in eine Personhaltungs-Transfer-Technologie. Aber ich. Ich möchte nur die Daten auf das. Die Gäste. Die Gäste ist in Kompäcki Plaza. Der Hotel. Du hast schon gesehen? Du bist? Nein. Die Gäste. Ja. Nein. Out of my price range. Hm. All the decor is to die for. As you'll see for yourself. So where's this Gäste hiding exactly? In a suite, on the top floor. Ich mag die Mimik von den Leuten. Ich mag die Mimik von den Leuten. Ich mag mich eigentlich wissen, was die Realistin Arasakas Plans sind. Du sagst mir, dass du sie eine, die du am enden bist. Ein Top Dogg wie Yorinobu ist ins Restaurant einer Armierung zu holen. Das Hotel ist wahrscheinlich eine verdammte Fertrin auch. Okay, what the fuck? Okay. Now it's time to show them. Now this should make your prick perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Atosaka laboratory. He's made a deal with Netwatch. He aims to sell it to them. Okay. Der Erbe verkauft Tech weiter. Wait, neutral Netwatch is mixed up in this? Netwatch provides Net-Security for all corporations. Yeah, alles klar, John. Alles klar. But in this day and age, everyone's in the game. And no one can afford to be a saint. To win... Ich bin auch voll im Spiel. Ich rede heute fast nicht. Ist mir bewusst. Was ist das für ein Relic? Data, das auf dem Chip... Was ist das? Irrelevant. Entsprechend. Wir sprechen über Data, die Yorinobu aus unserer Atosaka eröffnet. Was mehr... Er will es auf die Netwatch passen. Das klingt ziemlich relevant für mich. Ich weiß nicht, was Lumi mit Essen macht eigentlich. Okay, sie verspricht uns also jede Menge Cola, aber sie will uns nicht sagen, worum es genau geht. Was ist das beste? Fingern mich. Ich habe etwas für dich. Ich sollte dir planen. Braindanz von Kompecki Plaza. Wie ein Braindanz solltet werden? Nehmen wir Facts, nicht Trills. Ich glaube, BDs sind nur gut für fachsendliche Haut. Ja, ja, ich habe das. Was, du willst in diese Boxen? Nein, ich weiß. Es kann sehr gut sein. Gut für analysieren Details, die Menschen die Verhältnisse, sogar die Verhältnisse. Ich bin also sie. Hm, interessant. Auf geht's Braindancen. Ich bin also sie. Hm, interessant. Auf geht's Braindancen. Mox, auch. Besonders, wir gehen zurück, äh, Jahre. V, das ist wichtig. Judy hat immer da für mich. Ich habe immer geholfen. Ich trage sie. Ich glaube, sie ist ein Mox, nicht der letzte Mitglied der Kru. Ich versuche nicht, zu vergessen. So, du bist ein guter Junge. Du bist ein guter Junge. Und du hast den Ton auf dem Lüsch. Okay, der sollte ich also nichts verraten. In Biz oder Leben. Hey, da bist du. Das ist V. Er ist hier für den BD-Roll. Und V? Das ist Judy. Der beste Braindance-Editor, ich weiß. Enough already. Ich werde mich sehr weit machen. Sensory SIG Amps. Acoustic und Emotiv-Wave-Monitors. Das ist Top Shelf-Hardware. Ja, die meisten ist customisiert. Ich denke, nur die Faktorien sind die K-Sigs. Modell das selbst? Was denkst du? Der Translator. Fuyutsuki, richtig? Ich dachte, die Matrizes auf dieser Serie waren verraten. Sie waren. Die Matrizes sind einfach. Und das war der einzige Modell, die unterstützt werden. Und das ist ein Modell. Und das ist ein Modell. Und das ist ein Modell. Was denkst du? Wird es tun? Wird es tun? Es ist noch ziemlich roh. Aber ja. Wird es tun. V needs to get deep inside. Das ist das wichtigste. Also. Lasst uns das. Und das zu ihm. Und das zu ihm. Glauben Sie mir. Ich habe mit Wörtern gesprochen. Wir sollten den Jig-Jig-Street-Porn und wir müssen uns mit einigen. Okay. So. Wir drücken V inside. Wir lassen ihn sehen. Wir lassen ihn ihn rummage. Wir lassen ihn. Wie geht es? Wie geht es? Raw-brain-dance. Ever taken a different part? Nope. Wir sehen uns nicht. Wir müssen uns die Wahrheit erstellen. Wir lassen ihn nicht. Wir können ihn nicht mehr. Wir machen. Wie ist das Wörtern? Wie ist das Wörter aus? Wörter aus. Wörter aus. Wörter aus. Okay. Na dann. Bin ich ja mal gespannt. Der erste Braindance. Warum die immer noch Leder benutzen, verstehe ich nicht ganz. Ich hätte es nicht anpassen sollen. Wenn die mir das aufsetzt, würde es schon so aufsetzen, wie es sein soll. Okay. Halt mich. Just promise me it won't hurt. It won't. Not this time. Now sit still. Look at me. Gonna run the analysis soft. Should feel a slight tingle. Mhm. Okay, now let's set the optics on other sensory sticks. Look smack into these two screens. Pretend ist ein Einnahmen. Okay, passt wahrscheinlich die Größe und sowas? Augenabstand oder so? Schmerzrezeptoren? Okay, ich mag Judiths Stimme, die ist richtig neus. Kann er nicht nur meine Rekordung nutzen? Warum verbrauchen wir Zeit? Also wir nicht risken unsere nächsten? Die Seiten werden nicht ein bisschen. Wir haben etwas hier. Das sollte nicht perfekt sein. Lass es aufpassen. Ja. Ich gebe dir die versammelte Version erst. Als du deine Beherrungen bekommst. Und dann gehen wir in die Editing-Karte. Okay, cool. Diving in in 3, 2, 1...